hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist für euch der torsten ja wir sind also ich habe am flughafen die die garage gekauft und habe gesagt okay ich werde die restlichen grauen strecken auch mal eben gelb machen und damit heißt quasi erkundet so dabei bin ich dann hier am noch weiter an den flughafen angekommen ich möchte euch das eigentlich nicht vorenthalten wir wollten ja hier einmal quer durch die ganze botanik erfahren und ja hier kann man sich mal anschauen was sie hier gemacht haben haben also hier das hier versuchen wir ein bisschen raus zu gehen das flughafen gebäude da hinten der tower hier die ganzen parkplätze wo die reisenden wahrscheinlich parken nehme ich mal an hotel da drüben steht eine maschine die läuft auch irgendwie aber fahren die oder fahren die nicht ist egal wir gucken mal was wir machen können wir machen heute so eine kleine flughafentour und dann werde ich hatte ich ja gesagt ich wollte mal gucken wie er sich hier so im gebirge schlägt bis dorthin sind mindestens 275 kilometer das werde ich dann offline fahren und dann wollen wir mal gucken ich bin nicht entgegengesetzt der fahrtrichtung gefahren hat erzähl doch keinen scheiß man so ich befürchte mal auf das rollfeld kommt man gar nicht wir versuchen das gleich einfach mal da sind zäune okay was schon sehr nice gemacht oder alles schön abgezäunt hier nicht so schön da vorne eine dhl maschine guck mal ob wir da irgendwie drauf kommen aber ich befürchte fast nein du guckst aber auch wenn von rechts hat kommt oder alter man muss doch hier vielleicht irgendwo ein schlupfloch geben oder gut hier nicht daneben ankommen wir wieder nicht drauf naja rückwärts ist ja recht gemütlich ich habe gerade postenmord gelesen aber ich glaube das hatten wir schon mal studio hamburg aha was soll mit dem denn fahren ja da kommen wir leider nicht rein schade naja wie gesagt ich wollte es euch mal gezeigt haben dann fahren wir jetzt mal richtung eiswüste mal gucken was sonst da so unterwegs noch begegnet wären jetzt 297 kilometer können natürlich auch mal gucken wie gelände tauglich der wagen ist indem wir jetzt mal schauen und die möchten wir vorbei links kam gerade einer und wir fahren jetzt hier einfach mal über die wiese so das macht er ja ganz souverän oder ei 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 oder steht jetzt was im weg da sind wir wohl gegen einen spitzen stein gefahren das war wohl nischt naja versuch was werter abschleppsteams abschleppsteams genau abschleppsteams rufen mal gucken wo wir rauskommen vielleicht haben wir es ja auch jetzt gar nicht mehr so weit bis zur eisgrenze mach ihn so gucken wir mal auf die karte war wo sind wir denn da das ist ja gar nicht mal so schlecht dann reparieren wir den jetzt fahren da vorbei und da vorbei gute zurücksetzen wir müssen auf jeden fall quasi ich überlege gerade das hier mitnehmen müssten wir theoretisch hier hin oder hier hin das kennzeichnet er überhaupt nicht der blöd man gute zurücksetzen hier hin so können wir dann nämlich noch mal tanken und schlafen und uns dann mal hier so in die landschaft setzen so hier ist jetzt wie gesagt garage da hinten einmal rein iglo gibt es ja garage könnte man hier auch kaufen ach wir machen das mal so eingabe wartung reparieren ist immer gut haben wir doch gerade gemacht mensch vielleicht mal die ausrüstung vielleicht kann man die farbe mal ein bisschen ändern oder so mal gucken irgendwas anders hier kaki wie wohl gewollt haben wir schon gut okay verlassen okay so was haben wir gesagt ja cool eine arbeitsagentur arbeitsagenturen kann man immer gut gebrauch so ja es wird wieder eine tour ins ufer lose hier na es ist ja völlig klar na einfach mal drauf auf die straße das kann ja nicht schaden so dann müssen wir im prinzip hier runter fahr einfach ich möchte hinter dem nicht herfahren ganz ehrlich warum reagiert er immer so blöd nach der lenkung vor allem wenn er keinen trailer drauf das ist schlimm so da hinten wird irgendein händler wahrscheinlich sein also im langsamen zustand ist das echt eine katastrophe guck mal hier ein scania händler ne das ist doch was okay komm wir fahren jetzt wir fahren jetzt zum was haben wir da denn liegen okay paar schiffe so mal wieder einsteigen wichtig ist dass wir dahin kommen wo wir hin wollen und da habe ich gerade eine relativ scheiß fps zahl das merkt man glaube ich so ein bisschen auch am bild dass das so ein wenig hängt so wir fahren jetzt noch einmal werden wir ja in dem sinne nichts zu befürchten wir haben keine fracht die wir kaputt machen müssen wir haben keine termine einzuhalten wir sollten den lkw weißlacken dann sieht man da oben im schnee wenigstens keiner so grün fallen wir ja auch wie nichts gutes dann sind wir Okay, aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen Cut und wir sehen uns dann wieder, wenn ich an der Stelle bin, wo das Ganze dann beginnt mit der Eiswüste, mit den, ich sag mal, mit der Strecke, wo man mit dem LKW eigentlich nicht durchfährt. Bis später, ciao, ciao. So, nach dem Cut, ich habe, ich befinde mich hier auf einem, auf einem, auf einem Parkplatz, ein sehr großer, super, super schöne Aussicht. Ich habe auch hier eine Runde im LKW gepennt, ich habe getankt, weil wenn wir uns das Ganze auf der Karte angucken, ist das hier die letzte Möglichkeit. Wir wollen dann hier hoch, hier sieht man schon mal Einschränkungen, wir fahren dann hier rechtsseitig und ich muss mal gucken, werde dann wahrscheinlich hier durchfahren, bis wir dann letztendlich hier ankommen. Ich muss dann immer mal wieder auf die Karte gucken, wo wir dann lang wollen und ich denke mal, das könnte sehr spannend werden. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kilometer das sind, aber ich möchte natürlich versuchen, da nur eine Folge von zu machen. Naja, wie dem auch sei, wir setzen uns dann jetzt einfach mal in Bewegung. Wie gesagt, Kilometer technisch, schlafen, tanken, sehr wichtig. da oben gibt es nichts mehr. So, das ist natürlich die Karre nicht von vornherein wieder kaputt fahren, das kommt natürlich nicht so gut. Das Navi schaltet da oben auch auf stur, die Linie kannst du gar nicht anwählen, beziehungsweise, ja, nicht hundertprozentig, genau, da sind also immer wieder Stücke, wo du sagst, oh, da musst du jetzt aber umdrehen, das geht gar nicht. Deswegen muss ich hier immer das Navi so ein bisschen im Auge behalten, wo jetzt eigentlich unsere Abfahrt dann ist. beziehungsweise immer mal wieder auf die Karte gucken. Gut, hier wäre jetzt noch mal ein Parkplatz gewesen, aber das ist jetzt bei den paar Kilometern, würde ich mal sagen, irrelevant. Ja, und dann schauen wir mal, ich weiß, dass da oben Eiswüste ist. Beim letzten Mal bin ich mit dem Trailer da durch, das war schon recht haarig. Ich weiß natürlich auch nicht. was die Promoter eventuell dort noch geändert haben können. da vorne ist unser Zielpunkt erstmal zu sehen. So, kommt ein Flieger rein. Wir haben übrigens jetzt Sonntagmorgen. Ja, ich bin so bekloppt, es ist 20 für 8. Aber meine Katze hat mich nicht weiter schlafen lassen und da habe ich mir gedacht, stehst du eben auf Kaffee rein, kippen und dann so, da vorne in der Kurve geht es dann ab. Schilder sehen ja entsprechend lecker aus, ne? so, LKW bis maximal 10 Meter Länge, das dürfte ja noch passen. So, dies war zum Beispiel jetzt ein Wegepunkt, den man gar nicht setzen konnte an der Stelle. deswegen, wir werden immer wieder auf die Karte gucken. Der Motor hört sich irgendwie komisch an. Dieses Grummeln, okay, aber dann so ein blecherner Unterton, oder? Das ist mir aufgefallen. Oh, hier wohnen Leute. Hm. Jetzt mal so, für Kühe wäre das hier natürlich ideales Weideland, oder? So richtig schön isländische Milch. Gibt es das? Oder gibt es die nur aus Irland? Irländische Butter, Vollmilch und glücklichen Kühen. Ja, am besten würde man hier wahrscheinlich mit dem Trecker oder mit dem Moped langfahren. hier ist noch mal ein Parkplatz. Also stelle ich euch Island auch mal ein bisschen vor. Ein bisschen was anders als mit einer Fracht durch die Gegend zu fahren. Einfach mal hier so eine so eine Strecke. Ich glaube, wenn du da unten reinfährst, da holen sie dich auch nur mit dem Panzerweller raus. Oha, passen wir da durch? 30 soll ich hier fahren. Okay. Ja, einfach ein Loch in den Felsen gekloppt, ne? Kann man durchfahren. So, hier, hier wird's jetzt schon lustig. Aber noch ist alles grün. So, da vorne, nächste Engstelle. Na, das hat doch funktioniert. Hier ist noch mal wieder ein Parkplatz. Ich frage mich gerade, warum man hier überhaupt eine Straße durch die Berge kloppt. Was will man hier? Hier ist doch nichts mehr. Und bis jetzt läuft das ja alles noch ganz geschmeidig, ne? Aber, guck mal. Ich halte mal an. Von da unten kommen wir also wirklich, also landschaftlich ist das ja richtig herrlich, ne? Ich hätte nicht anhalten sollen. Oder noch? Na, es geht. Wir bleiben mal ein bisschen in dieser Perspektive, wenn du hier runterfährst, dann hast du es echt hinter dir. Da kannst du dem lieben Gott guten Tag sagen, du. Versuch mal eine Weile in dieser Perspektive zu fahren. Das ist dann landschaftlich etwas schöner. Das ist so diese Verfolger-Camp. Bisschen schwierig, wenn das so wechselt, so vernünftige zu lenken für mich. Also herrliche Landschaft. Super, super toll. Kann mir die Kamera nicht einfach am Arsch kleben? und wer stellt hier diese Steine hin? Wozu? Was will man hier? Schafe hüten. Lenkungstechnisch ist das manchmal etwas schwierig. Ich habe aber noch nicht wirklich rausgekriegt, warum. Aber okay, man gewöhnt sich an alles. Oha, jetzt aber, jetzt wird es interessant. Schön hier durch die Pfütze. Yes. Ich habe mich und bin. Oha, ich bin. Ich gehe mal nicht davon aus, dass uns hier irgendjemand entgegenkommt. Auf der anderen Seite, wenn was passiert, fressen uns höchstens die Geier. Und nochmal durchs Wasser. Oh, hier steht ein Bulldozer. Okay, Zivilisation hier. Ey, der hat... Cool. Mitten in der Pampas ein Bulldozer und sogar ein Mitarbeiter dabei. Wie geil ist das denn bitte? Ja, jetzt ist... Gott, was für Straßen. Warum baut man hier sowas? Was macht Spaß? Es ist echt mal was anderes, ne? Eieieiei, da willst du nicht runter. Da will ich nicht runter. Hier erst recht bin ich. Hier gerade ausgefahren und ja. Servus. Servus, Schöpfer. Das Navi weiß schon, warum es dich hier nicht durchlässt. Das wäre es bald gewesen, oder? Was steht da denn? Oh, da ist auch was. Ah, ja. Okay. Also ich muss sagen, gegenüber... Oder... Gegenüber dem letzten Mal haben sie echt was getan. Da stand zwar ein Bulldozer hier irgendwo in der Gegend. Da kann ich mich noch dran erinnern. Es war kein Arbeiter dabei. Der hier war auch noch nicht da. Aber da ist niemand mehr drin, oder? Nee. Okay, dann fahren wir mal weiter. Da war niemand mehr drin, Gott sei Dank. Die Frage ist nur, wo ist er abgeblieben? Zu Fuß weiter, oder was? Aber ich bin echt gespannt, was uns hier noch erwartet. Das ist ja richtig geil gemacht jetzt. Ah. 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 So, hier ist wieder eine etwas weiter ausladendere Fläche, sehr schön. Da kann man da mal wieder ein bisschen Gas geben. Oh Gott, hier ist doch nichts, ey. Geröll. Oh, das Ding hat einer umgefahren. Ich war das nicht. Der fehlt auch. Hier geht es aber oft durch Wasser, du meine Güte. Die haben massiv umgebaut. Die haben massiv die Map verändert. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Jetzt liegt noch einer. Eieiei, alter Falter. Das ist eine Brügge. Oh, hoppla, was passiert. So, hier gucken wir jetzt mal, wo wir lang wollen. Wir wollten ja hier so Extremstrecken abfahren, das heißt, wir fahren hier nicht links, sondern wir fahren rechts. Da ist tatsächlich noch eine Firma, ey, und wir wollen, nee, da wollen wir nicht. Noch mal auf die Map Route zurücksetzen. Also, wir fahren hier jetzt rechts rum. Das Problem, was wir kriegen könnten, wäre wirklich mit einer Müdigkeit. Wir haben hier keine Möglichkeiten, irgendwo zu pennen. Das ist ein bisschen schade. Hier wächst auch kein Gras mehr, du Mann, Mann. Nur noch eine riesen Schotterwüste. Vielleicht könnte man hier Siedlungen bauen, wenn hier sowieso nichts wächst. Eine schöne Großstadt. Vielleicht gibt es hier Erdöl oder Gold. Vielleicht gibt es hier Erdöl oder Gold. Ich frage mich, was die da links, was die produzieren. Weil hier ist ja definitiv gar nichts mehr. Also, hier jetzt irgendwie einen Gewerbebetrieb aufzubauen, vor allem, was dann im Entferntesten aussieht, wie ein Bauernhof oder so. Was ist denn das hier überhaupt? Wir gucken einfach mal. Nordkalk, aha. Hier wird also Kalk abgebaut. Ja, auch nicht schlecht. Kann man ja machen, ne? Wir fahren aber geradeaus weiter. Wir wollen ja was erleben und keinen Kalk abbauen. Bis jetzt war es ja eigentlich noch recht human, ne? Bis jetzt. Also, die Kameraführung so ist echt gewöhnungsbedürftig, muss man sagen. So, hier ist wieder ein Engpass. Ich glaube, hier fahren tatsächlich Autos lang. Guckt euch das mal an hier. Ja. 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 Also, hier lebt echt nichts mehr. Eieiei, alter Falter. Guck mal, da unten. Da hätten wir uns bald beigelegt. Der war beim letzten Mal übrigens auch noch nicht hier. Frag mich, wo die Zugmaschine dazu ist. Junge, 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 Junge. Da zählt dann auch einer umgefahren. Vielleicht liegt da unten noch mehr. Boah, wenn du hier runter ballerst, ey. Freunde. Um Gottes Willen. Ja, wir hätten uns echt fast dazu gesellt, ne? Ja, also, hier muss man echt sagen, also, da haben sie noch einiges Fähre ändert. Und ich bin sehr gespannt, man arbeitet ja immer noch an der 220, wann die kommt und was man da noch macht. Die 218, habe ich gelesen, in einem Forum, ist nur so eine Art Übergangslösung, damit man etwas hat, was auf der 218 funktioniert, ETS. Aber ich meine, hier wäre mal mehr Schnee gewesen. Den hat man offensichtlich entfernt oder wir kommen da noch rein in diese Gegend. Ja, auch wenn das so karg ist hier, es gibt noch sehr, sehr viel zu entdecken. Liegt wieder ein Kiesel auf der Straße. So, oh, es fängt wieder an, Gras zu wachsen. Meine Güte, ist doch schon gleich viel schöner. Ja, da sind wir mal so ein bisschen vom Weg abgekommen. So, ich glaube, da vorne müssen wir uns wieder irgendwo entscheiden, ob wir abbiegen. Ach ne, macht so eine Riesenkurve, okay. Abenteuerurlaub in Island. Man hier unbedingt mit dem Kratz durch muss. Aber mit dem Pkw durch den Fluss ist auch nicht so aufregend, oder? Und jetzt wird's eisig. Da steht schon wieder ein Bulldozer. Genau, der stand schon immer. Da war aber auch noch nie ein Mitarbeiter dabei. Cool. Und jetzt haben wir den Schnee und Schneesturm ganz toll. Hervorragend. Ich hatte hier übrigens mal eine Tour gemacht, da hatte ich einen Real Graphics Mod drin. Den habe ich allerdings ganz schnell entfernt, weil ich an der Stelle nicht mal mehr die Straßen erkennen konnte. Da ging also gar nichts. Und jetzt haben wir den Schnee und Schnee. Schiere Eiswüste. Ideal zum Skilaufen oder Schlitten fahren. Oder auch nicht. Ich sag euch was, diese Fahrt hier ist richtig anstrengend. Man konzentriert sich tatsächlich auf das, was man tut. Das ist so knifflig, aber es macht Spaß. Wir werden auf dem Zahnfleisch ankommen. Es ist nämlich weit und breit kein Hotel, kein Parkplatz oder sonst was zu entdecken. Ich höre es ja nicht, was meine Katze hier für ein Scheiß kommt. Aber wenn die, einen kleinen Moment mal gerade. Schmeiß mir die ganzen Blumenpötter um. Es gibt gleich Katzengulasch, das schwöre ich dir. Schmeiß die ganzen Blumenpötter um. Weiß ganz genau, dass sie da nicht drauf darf und soll. Immer wieder hockt sie da. Elektro-Drahtspannen oder so. Na, vielleicht rafft sie das irgendwann mal, dass die Fensterbank für Blumentöpfe da ist. Kann ich da erstmal sauber machen, weil sie mir nicht ordentlich Dreck gelassen hat. Und nicht für Katzen. So. Oh, hier gibt es tatsächlich Straßenmarkierungen. Wenn man Schnee wegfegt, kann man es sogar erkennen. Ich habe mal so die Idee, dass wir rechts fahren, glaube ich. Das könnte ganz gut werden. So, wir sind jetzt hier. Genau, wir fahren hier rechts hoch. Und da müssen wir wenigstens hin. Ja. Und hier hoch, das wird wahrscheinlich zu weit werden. Ne, wir wollen... Was gibt uns denn vor, wenn ich das anwähle? Ja, Mensch, so passt das doch. Guck mal. Jetzt können wir auch das Navi wieder verwenden. 207 Kilometer mehr sind das, nicht? Ja, okay, komm, auf, ab, ab, ab dafür. Wird trotzdem eng mit dem Schlafen. Und ich werde probieren, ob mein Renault Concept noch funktioniert. Ich halte euch darüber im Laufenden. Auf dem Laufenden. Und ich werde probieren. So, da vorne gibt es wieder irgendeine Engstelle. Gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Nichts gemerkt. Genau, jetzt ist er schon müde, aber die 150 muss sie durch, Junge. Das hilft alle nichts. Wir sputen uns, wir fahren so schnell wie es geht. Da muss man sagen, ist unser Kratz doch, ja. Also man kommt gut mit ihm hier durch, muss man zugeben, ja. Da ist ein Parkplatz vermerkt. Ist das der, wo wir hinwollen? Nee. Aber eventuell kann man da schlafen. Das wäre natürlich cool. Ja. 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 Ja, wir gucken, ob wir auf diesem Parkplatz wirklich schlafen können, weil der war auch noch nicht da ist. Ich weiß, es war immer sehr, sehr knapp überhaupt anzukommen, weil Lenkzeitüberschreitung, er ist natürlich eingepennt und... hier ist ein Parkplatz, guck mal an, da fahren wir jetzt einfach mal drauf. Können wir hier denn überhaupt parken, wie als Lkw so? Tatsächlich. Okay. Schlafen wir mal eine Runde. Kann ich dabei noch einen Schluck aus der Kaffeetasse nehmen? Brüsterchen. Mh, ganz neue Beleuchtung. Und wir fahren weiter. Ja, perfekt, Mensch. Ich wollte ja noch den Zaun plattgefahren hier oben. Ist auch niemand mehr drin, oder? Was steht der hier? Was will der hier? Ach ja, komm, wir gucken noch ein bisschen von außen. So elegant um die Steine herumgeschlittert. Nächster Tunnel. Und viel breiter als der andere. So mit einer Überbreite darfst du da nicht durch, da hast du keine Chance. Und dies hier scheint auch schon wieder eine zweispurige Straße zu sein. Wollte gerade sagen, ich habe meine Brücke vermisst. Die müsste doch eigentlich noch kommen. Eine ganz hohe gab es übrigens auch noch, ich weiß gar nicht, wo die abgeblieben ist. Und jetzt. 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 Ja. Ist schon nicht leid, aber es sieht schon wieder ein bisschen mehr nach Zivilisation aus, wenn man sich so die Straßen hier beguckt und wo wir eben lang gefahren sind. Sehr schön. Da war noch jemand drin. Tatsächlich wieder etwas mehr Straßenverkehr. Und Handysendemasten gibt es auch wieder. Papa, Also der ist mit seinen Reifen, ja tatsächlich, also der beißt sich regelrecht in den Schnee fest. Man kann ihn sehr gut handeln. Ich vertraue einfach mal darauf, dass keiner kommt, obwohl ja hier durchaus wieder mehr Straßenverkehr ist. Baustelle, hier, mit Ampel, bist du verkloppt. Also diese Baustelle war definitiv nicht da, dieser Kreuzer, also der Schlepper lag da auch nicht. Also diese Baustelle war definitiv. Also diese Baustelle war definitiv. So, wir sind angekommen, wo wir hinwollten. Man winkt uns schon zu und jubelt und ja. Ich würde mal eben gucken, ob man hier irgendwo eine Garage kaufen kann. Wir wollen ja immer eine Garage haben. Da ist ein Parkplatz. Da wäre eine Garage gewesen. Aber, naja. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt auf unseren Parkplatz. Irgendwie mal gucken. Einfach mal hier auf dem Hof. Und ich würde sagen, für die nächste Folge. Suche ich mir dann was anderes aus. Bedankt mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Tschau, 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 tsch